Chaos und angeln gehen. Äh, nein. Ich gehe mal Chaos angeln. Das könnte man ja noch nicht erzählen. Sekunde, vielleicht kann ich hier für spucken. Das Horn noch mal benutzen. Das Horn noch mal benutzen. Ich glaube nicht, dass er die Lippen dafür hat. Was erwartet du? Das Horn noch mal benutzen. Das ist nicht ganz wichtig. Jetzt, wie geht es mit dem anderen? Tausend werden spüren, hundert werden gewinnen. Das Horn noch mal benutzen. Das Horn noch mal benutzen. Das Horn noch mal benutzen. 2, 4, 6, 8. Komm schon, wir sehen uns. Das Horn noch mal benutzen. Das Horn noch mal benutzen. Juices Maximus hat zurück. Aha. Okay, irgendwas bringt das. Bisschen weg! Es besser nicht, Mann. Hey, er hat aus gearbeitet. Sieht so wie dritte Platz. Ich denke, das ist ein wenig Applaus. Jetzt, wie geht es mit dem Rest von euch? Was war das? Ich hörte jemanden zu schlafen. Was ein Verbrauch. Sind Sie Piraten oder nicht? Cheat? Mit jeder, die sich aufhören? Falsche Alarm. Wie gesagt habe ich gesagt. Keine Pflichter. Wenn Blackbeard hier wäre, würde er dich jetzt schreitzen. Dann müssen wir später noch mal. Irgendwie die anderen abdenken. Könnte ich irgendwie cheaten? Okay. Jetzt haben wir... Was wollten wir jetzt gerade machen? Achso, wir wollten angeln gehen. Okay, jetzt haben wir... Was wollten wir jetzt gerade machen? Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir das erste Krankenteil. Hurra. Oder auch nicht. Das war klar. Oben auf dem Baumhaus. Da kommen wir so schnell nicht hoch. Haben wir noch... Haben wir irgendjemanden, der uns das Ruder abbringen kann? Und es reicht noch lange nicht, um da hochzukommen, aber... Da war das noch gar nicht hoch. Gibt es noch... Es gab einen... Es gab einen... Irgendjemanden, der das konnte. Vielleicht wird es mal Zeit da wieder zurückzukehren. Da waren wir dann nicht mehr. Sehr schön, Rito-Stil. Sehr schön. Das passiert, wenn man nur da drüben einen Fluss fährt. Irgendjemanden der uns, der uns unser Routerrad reparieren könnte. Oh, ein Zimmermann. Genau dich habe ich gesucht. Entschuldigung, könntest du das anschauen? Es sieht aus wie eine massive Fracture. Wenn du das benutzen kannst, werde ich es für dich stärken. Hier geht's, Junge. Stil, Schenk, Alloy-Splints, besser als Neue. Aluminium, aha. Wir haben jetzt ein verstärktes, verstärktes Ruder. Und wenn wir es damit nochmal zurückkommen, und es damit nochmal versuchen, vielleicht kommen wir da jetzt hoch. Das wäre mal eine Idee. Wo willst du gehen? Wir kriegen diese Karte heute noch. Steht auf die Linie und testen deinen Schwalz. Was war das? Dann habe ich jemanden zu spüren. Mit dem wir den Stand und dem Sand entlangt können. Mit dem wir den Stand und dem Sand entlangt können. Hm, in den Leger haben wir noch keine. Nur Nadeln. Jetzt finde ich mal die oben auf dem Baum. Ob das das letzte Mal so gut geklappt hat. Ähm, ja. Aber vielleicht können wir jetzt... Ich komme von hinten. Und das wird ein Plan sein. Das kriegen wir hin. So kommen wir hoch. Hm, ich denke ich bekomme die Idee. Jeng, oben sind wir. Boden. Nein, nicht runter. Mist. Oha. Ein Haufen. Kurschvogel. Äh, keine Ahnung. Er sieht aus, wie er beitzt. Ich denke nicht, dass das sehr sportlich wäre. Ich denke nicht, dass ich es in der Tür benutze. Ich denke nicht, dass ich es in der Tür benutze. Ich denke nicht, dass ich es in der Tür benutze. Das ist ein schönes Beier. Hm, das Bananen vielleicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich will sie nicht alle. Und ich kann nicht wissen, welcher Herr Marley ist. Ich denke nicht, dass ich es in der Tür benutze. Ja. Ich denke nicht, dass ich es um die Tür zu kümmern sollte. Stock. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, wir werden aber in der Tür. Ja, ich habe ein Ding über die Lüse. Inspektiert von 27. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass ich es in der Tür benutze. Dann ist es draußen. Nicht? Verdammt! Ok, was stellen wir mit dem Vogel an? Ach, hab dich doch nicht so! Ich denke, das würde sehr sportlich sein. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist leer. Das ist ein schönes Bier. Ich weiß nicht, wie es zu spielen ist. Das scheint nicht zu funktionieren. Damit verbrennen wir noch alles. Das scheint nicht zu funktionieren. 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 Ich dachte, aus dem Fenster werfen. Das scheint nicht zu funktionieren. Kein Weg. Er sieht aus, wie er beigtet. Geiger. Ich weiß nicht, wie er geht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist es nicht funktionieren. Ich habe ein Problem mit L Вissen. Ich denke, Largo ist aus der Voodoo Range, jetzt. Das ist nicht möglich! Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann das nicht schlafen, Vater. Tja... Das hilft nichts. Absolut nichts. Tja... Es ist eine liebliche Booty-Island. Äh, so... Was können wir gegen dich noch machen, Vogel? Äh, keine Chance. Er sieht, wie er beitzt. Als ob... Als ob Capra Stripfurt Angst vor einem Vogel hat. Hm... Tja... Äh, keine Chance. Er sieht, wie er beitzt. Was wollen wir tun? Ähm, Fernroh. Nice! Okay. Macht das jetzt irgendwas? Mit dem Fernroh können wir den doch auch... ... tun wir das auch nicht. Tja... Tja... ... wieder runter. Jetzt müssen wir wieder hochkommen. Jetzt müssen wir wieder hochkommen. Lass ihn einfach hier. Hier... Tja... ... also... Tja... Was können wir hier noch machen? Tja... 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 Okay. Hund im Winter. Okay. Ich gucke mal den Hund auf die ... Das habe ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht den Hund auf die Krähe loslassen. Das ist jetzt ein bisschen unlogisch gewesen. Ich wollte ihn ein bisschen streicheln. Okay. Vielleicht gucken wir den Hund auf den Vogel. Könnte klappen. Das scheint nicht interessant zu ihm zu schmecken. Das scheint nicht interessant zu ihm zu schmecken. Das scheint nicht interessant zu schmecken. Das scheint nicht interessant zu schmecken. Das ist verrückt. Aber es könnte einfach funktionieren. Okay. Er hat die Karte. Das ist ein guter Karte. Oh, richtig. Ich habe das erste Karte. Ja, da waren es nur noch 3, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da waren es nur noch 3. Ja, okay. Ähm. Nachdem wir jetzt das erste Kartenteil bekommen haben. Ich glaube, ich mache jetzt nach so gleich mal Schluss für heute. Was machen wir jetzt mit der Karte? Kommen wir die Dreads zeigen? Okay. Okay, das ist nur nichts. Was? Ja, das ist nur noch nicht. Ich habe mich nicht mehr so in der Karte. Ich habe mich nicht mehr so in der Karte nicht mehr so in der Karte. oh ja wir müssen jetzt noch mal wir müssen jetzt wir müssen zurück noch mal auf skype island da gibt es noch einiges zu tun was jetzt tun können ja ich habe noch einiges zu erledigen wenn ich jetzt sachen im momentan die uns hier weiterhelfen könnten das erste kartenstück kann man beim letzten stream erhalten was mir auffällt ist hier dass hier das stück hier das modell leuchtung die modellleuchtung linse kann ich mich daran erinnern dass das jemand braucht und nehmen können auch gebrochen okay müssen wir auch die ablenken wir brauchen die nägel für den zack ich war noch lange nicht mehr für den starke für den stamm auch nur excuse me yeah boy grog please i'll need to see some id for that will you accept a temporary library card let me see it freelance is that anything like a sanitary engineer no not quite well all right can i get you that drink now yeah i could really use it name your poison what do you got well we have some speciality drinks here at the bloody lip like yellow beards baby bloody stump and blue whale das klingt gut mal die blutigen strumpf überhaupt ist gut das ist gut ich kann es abgeladen ausgarten haha hilfreich ja ich bekomme mich selbst ab das wird ein Stück 8 okay hier wirklich und hier ist ein komplimentärer crazy-straw wir geben alle neuen Geschäftsleitern der blutigen lip Bartender, gib mir einen Drink. Nähme deinen Poison. Ich habe das Baby Yellowbeard. Na, du kannst es versuchen, aber ich glaube nicht, dass die Natur auf deinem Seite ist. Gib mir den Drink, bitte. Hey, ich brauche zu schlafen. Es ist eine Union. Das wird ein Stück von 8. Okay. Hier geht's. Bartender, gib mir einen Drink. Nähme deinen Poison. Wir brauchen eine Flasche. Wir haben bestimmt noch so viel gebrauchen. Entschuldigung, der Blender ist nicht groß genug. Aber wirklich, das wird ein Stück von 8. Okay. Da hat sie geblendet. Schönes Platz, den du hier hast. Na, bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir hier... Gelber Drink. Blauer Drink. Roter Drink. Da kommt auch noch ein Farbrecher auf uns zu. Oh, schräg. Dann werden wir mal mixen müssen. Hinten im Strom können wir auch irgendwas anfangen. So, Julio Daffer. Ich will nicht schmerzen. Ich will ihn nicht schmerzen. Er ist lustig. Ich will das nicht an einen innochenen Poison machen. Ich will ihn nicht schmerzen. Ich will ihn nicht schmerzen. Wir müssen noch... Ja, wir haben eine Banane... Vielleicht... Hey, nicht den Poison! Okay. Hey! What'd you do to my piano player? No, thanks. Too many bad memories of piano lessons. Aha. Okay. Okay. Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Okay. Jetzt haben wir einen Affen im Winter. Okay. Wir haben Jojo im Winter. Ein Jojo haben wir. Ah, okay. Verstehe. Ähm. Kann man den Affen jetzt auf den... Auf ihn hier loslassen? Auf den... Handwerker damit er baut und... Nein, danke. Okay. Jetzt schauen wir mal hier drüben nach. Ja, hier. Ja, hier. Ich brauche einen Monoke. Wie wäre es denn hiermit? Sehr schön. Die Karte war auch damals schon weggenommen. Sehr schön. Und wir haben dazu drüben ein... Ich weiß zwar nicht, wofür wir den Affen gebrochen können, aber... Wir haben dazu drüben einen... einen Zimmermann. Wenn wir ihn jetzt hier... Warte mal kurz. Ich habe so eine Idee. Oh, das ist ein Bein. Genau. Aha. Meine Lange. Hilf, jemand einen Doktor! Oder ein Zimmermann. Ah, hier hat er noch seinen Bein. Aha. So, wir brauchen einen Zimmermann. Alarm. Ah, okay. Das ist weg. Wir nehmen uns Nägel mit und einen Hammer. Da habe ich schon eine Idee, was wir damit machen können. Okay, die Tür können wir noch nicht mitnehmen. Okay, jetzt wo wir jedem in Chaos gestiftet haben. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier wollen wir nicht mehr rein. Käse-Reste können wir auch nicht gebrauchen. Und noch. Ah, jetzt hat er sein Bein wieder. Sehr schön. Wurde er repariert. Kurz zu wissen. Vielleicht braucht man die noch. Käse-Reste. So. So, dann auf zurück. Aus der Partyinsel. Party. Und dann machen wir mal ein paar Sachen. Nein, nicht Fett Island. Nein, 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 nein. Booty Island. So, was ich jetzt erst mache, ist schon klipp und klar. Da habe ich schon so eine Idee. Ein Löwchen. Ein Löwchen. Ich wusste, dass du zurückkriegst. Meine Kunden machen immer das. Eventuell. Kannst du mir diesen Coffin noch mal sehen? Kannst du mir diesen Coffin zeigen? Kannst du mir diesen Coffin zeigen? Kannst du in und zeigen mir, wie groß es ist? Kein Problem. Auch wenn es benutzt wird, wirst du sehen, dass es noch einen neuen Coffin hat. Session. 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 I nailed them in there pretty good. Don't think I can get them out. Hey, I think the lid stuck. Excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed on this thing? I nailed them in there pretty good. Don't think I can get them out. Hello? Is anybody out there? Yoo-hoo! Help! I can't get out of here! Uh, be there in a minute. Okay! A joke's a joke! No, get me out of here! Open this coffin right now! Anybody? I really am. Someone's going to pay for this! Yoo-hoo! Is anybody out there? No, no! I'm not dead! I'm losing valuable business! Let me out! I need to go to the bathroom! I'm not dead! Oh no! Someone's going to pay for this! Yoo-hoo! Is anybody out there? Someone's going to pay for this! I'm not dead! I'm not dead! Yoo-hoo! I'm not dead! I'm not dead! Yoo-hoo! Maybe I'll take them out. I really am close to full bank. It's locked! It's locked! Yoo-hoo! Let me out! I need to go to the bathroom! That doesn't seem to work. Hmm, shawler. Well, if I had to be stuck in a coffin. That's a good clone. At least it's the deluxe model. Okay! A joke's a joke! Now get me out of here! Nice! Anybody? Okay! A joke's a joke! Now get me out of here! Nice finish! I'm not dead! Is anybody out there? I'm not ready for that yet. Hey! Take your time! No hurry! Well, if I had to be stuck in a coffin. At least it's the deluxe model. Are you still out there? Hello? Glass bottom boat. ...